Halli Hallöche Leute Willkommen zu einem Nigelnagel Neuen Projekt Heute mit Super Mario Wars The Lost Levels Ich habe keine Ahnung Leute ich bin ich bin super gespannt es soll ja relativ schwer sein da sehen wir es auch schon Giftpilze und ja ich bin gespannt wie weit wir kommen wie gut wir sind naja es wird spannend werden so wollen wir mal starten mit Mario bam bam ganz krass ist die Steuerung und da habe ich schon den ersten Cooper erwischt kommt der Cooper da wieder raus ja er kommt wieder okay ich habe es geschafft irgendwie irgendwie habe ich es geschafft mal sehen wir sind ja gut das ist ein Giftpilz darf ich vorstellen der kommt auch glaube ich nur diesen Teil hier vor ich weiß es nicht genau das hat besser geklappt als gedacht ja keine Ahnung wir spielen jetzt einfach ich habe mich nicht vorbereitet ich habe keine Ahnung wie dieses spiel ist ob man es schwer wird es soll ja mit als der schwersten sein es kann ja nicht mehr in Europa raus und machen wir es weg da ist er wieder es kann ja nicht mal in Europa raus das wurde ja Jahre später erst mit dem Super Nintendo hier veröffentlicht und da bin ich schon sehr sehr leidenhaft gestorben ich bin gespannt wir dürfen gespannt sein hat mich das hier irgendwo ja ich bin nicht am Spawn okay das heißt wir dürfen haben hier wieder Checkpoints in der Mitte des Levels irgendwo okay das finde ich sehr freundlich von dem Spiel ähm wir seht schon hier sind diverse Coopers wieder am Start ähm natürlich die Bösen 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 Coopers sop bada bau erstes er wird geschafft aber wir haben schon Leben verloren das ist schon mal nicht ganz so geil könnte besser laufen und ich muss mich angewöhnt in diese Richtung zu gucken und nicht in diese Richtung ich weiß nicht warum weil wir ja egal wollen wir nicht weiter drüber reden Word 1 2 bob 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 so da haben wir schon das klassische Untergrundlevel wieder ba ba nein nein ich hätte mit mehr Andorfrang gehen sollen das wäre vielleicht ganz gut gewesen hm könnte spaßig werden kann sehr spaßig werden ähm der kommt wieder ich glaube ich soll den Cooper einfach über den Cooper rüberjumpen wäre glaube ich die beste Wahl nein das wollte ich nicht das wollte ich gar nicht ja ich habe keine Leben mehr und cool und cool Leute aber wir sind ich habe browser gewesen ich will auch immer heute wenigstens bowser schauen warum lässt mich das spiel jetzt daraus genau interessant okay das ist scheinbar nicht mehr wie oder es ist haben sich hier wahrscheinlich irgendwie anders gemacht auf das politische version dass du da auch nicht immer wieder an das erste level gepackt hast was mir vielleicht ganz gut tut wir werden sehen wir werden sehen auf jeden fall tut mir das gerade im herzen weh was da gerade passiert kommt man doch oben bestimmt irgendwie rauf oder bestimmt kommt man da irgendwie rauf aber das sollte ja das problem sei mich interessiert das gerade nicht war da war da war war ganz langsam vor der arbeit ganz langsam ganz langsam und dann sollten wir hier herunterkommen barmutter sollte ja level ende ja das sieht gut aus das sieht doch gut aus du 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 ja soviel dazu nächste level würde ich sagen und die wasser füllt und das ist ja das ist wieder so ein pilz fiasco geschichte alles klar der blubber kommt mir verdächtigt nah der blubber macht mir okay da ist noch einer der ist ja noch einer nein mal probieren soll müsste auch da 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 okay man muss tatsächlich etwas schneller durchrennen dann klappt das auch mit dem ganzen versuchen wir wie genzfactunuz du 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 quién das gehabt ihr nicht so ganz wie sein sollte so besser aber wir haben dennoch keine leben mehr und wir ihre rechte kleine leben mehr wenn wir die cooke reinrenden so so bada 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 da kommt er wieder der scheiß blub an ich will dich doch nicht hier habe und über die plattform gesprungen über die plattform ja ich freue mich ich freue mich leute endlich mal wieder in maria spieler ehrlich könnt ihr mich wieder fällen sehen und ich bin schon bei sieben das war nicht die klügste war nicht treffen konnte okay jetzt kommt noch zurück oder geht weiter okay tschüss blubber ich werde ich dir ganz am 22 wie geht da waren wir noch keine einzige vollblumen Ja, mann, 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 so, hm, hop, 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 wow, 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 ja, wenn solche Sprüche funktionieren, aber mann sie nicht kontrollieren kann, dann passiert sowas, so, so, oh, ich hätte so gerne diesen Blupper getötet, aber es geht nicht, was mache ich denn jetzt, verdammt, Mann, da kommt der zweite, gleicher, da ist schon, äh, scheiße, geh weg, nein, der zweite kommt, Oh, 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 oh Bei ihm habe ich immer Angst, dass ich mich noch erwarte, den Level nicht. Ah! Ziefade! Und wir sind immer Bowser. Mal gucken. Und da haben wir Pfeierweizen. Und eventuell eine Pfeierblume? Geil! Ähm. Was soll die denn kommen? Wie geht das? Ich glaube, ich gebe da gar nicht ran, sonst wäre ich das jetzt noch mal hinkriegen könnte. Äh. Nein! 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 Das war mein Pilz. Das war mein Pilz. Ah! 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 Ähm. So, gut. Das kriege ich ja sowieso an dieser Stelle nicht. Au! Meine Decke! Nein! Die Decke hat mich nicht getötet, aber auf jeden Fall war sie ganz schön gemeint zu mir. Aua! Nein! Nein! Ich kann dich so schäblich, Browser, der damit dann geguckt hat. Aha. Das krieg ich hin. Das ist schön. Das krieg ich ganz gut hin. So. Jetzt kommt der blöde Cooper wieder. Ah, okay. Ich kann auch so springen. Ist gut zu wissen. Ich denke, das krieg ich dann so besser hin. So. Schon perfekter. Gut, das war keine Wand, ist die zurückprallt. Also können wir hier getrost uns von der Flamme treffen lassen. Und wahrscheinlich putzelte ich mich gleich auch wieder. Ah, gut. Das ist perfekt. Das ist perfekt. So. Erste Woche besiegt. Damit habe ich das Ziel dieses Parts erreicht. Gehen wir natürlich weiter. Keine Sorry. Das sollte ich mal zwölf Minuten bleiben. Thank you, my buddy. This is another castle. Der Text hat sich nicht geändert, mein guter Toad. Aha. So. Ähm. Sternendevil. Okay. Hi. Ähm. Das sind wir bestimmt wieder. Parakoupers. Natürlich sind es hier Parakoupers. Der, 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 der. Los, verschwinde. Oh. Oh. Perfekt. Das habe ich nicht erwartet. Das so gut klappt. Oh. Ein Stern. Sternchen. Trotzdem sollte ich aufpassen. Ich glaube, hier könnte man nicht schwimmen, oder? Nein, man kann hier definitiv noch nicht schwimmen. Was denke ich denn auch? Das ist ein Super- Ein Ernährsspiel gewesen ursprünglich. Okay, dann noch mal. Die ganze Schuße. Oh, das hat gut geklappt. So, die verkumpeln sich. Das ist schön. Und dann habe ich meinen Pilz. Yes! So. Und hier mein Sternchen. Nein! Zu viel, zu wenig Kraft. Zu wenig Anlauf, zu wenig Kraft. Alles kacke, alles doof. Alles, alles Mist. Du, 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 du. Äh. What should happen? Nein! Ich wollte gerade wegkicken. Ich wollte gerade wegkicken. Und dann geht er raus. Hm, okay. Jetzt sollten die sich ja eigentlich alle irgendwie umdrehen lassen, oder? Ja. Klack! Und ja, gut, dich. Lass ich mal Cooper sein. Du bist mir ziemlich glatte. So, ähm, Pilzi. Störtchen. Papa, 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 papa. Ach. Sehr schön. Du, 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 du. Oh, oh. nein nicht die diga was wort wieso bin ich da gelandet wieso bin ich da mit vom tag na gut so abwarten 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 okay gereicht der kommt noch zurück so und einmal pilz mitnehmen dich lassen wir einfach da ist mir diesmal ist mich egal und abs du 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 ist schon fast peinlich hier mein leben noch okay damit weg damit leute wie alter das tat doch nicht wahr sein du 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 ich habe wenn sie keine gegenüber statistik haben so bewegt euch mal weg jetzt bewegt sich ja wieder auf ich zu oh gott dass ich das was schief geht aus okay ganz ruhig ticke ganz ruhig das schaffst du schon irgendwie oh gott oh hi ranker na wie geht's dir ranker bordes level du 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 bam 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 das ging ja doch noch weiter ach egal wie genau bourne ін bla怎樣 nichts konsolizier sie sie die kaste auf du du auch ja egal scheiß auf die combats die können wir ja nix du 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 okay geschafft 22 junge freu ich mich so nein nur 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 Omm, omm-mmhmm. Omm-mm! Yoo-doo. Do-do-do-do Du-do-do Du, Doo, Doo-doo Zoo. Boah-na noch, kommt Don. Hmm- computer Steve singing. Ooo do-do-do Do ba-da ba-ba ba 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 Bahährvinger. So, äh, nochmal. Du, 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 hör mal, was mach ich denn da? Oh, ein Leben noch, okay. Ah, dann machen wir noch eine, eine Runde Versuche und dann ist es gewesen sogar heute. Also nachdem jetzt, äh, nochmal und dann... Habe ich genug vor dem Spiel? Danke, Spiel. Danke für gar nichts. So, continue. Video. Du, 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 du. Ba-da-ba-ba, ba-da-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-da. Komm runter, du blöde Pflanze! Ich muss dich besiegen! Oh Gott. Okay. Und nächster Versuch. Hä? Hää? britische in diesem ist kacke bambam 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 so right du 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 dtt dttd es ist einfach level noch das wird spaß klappt es ist sehr einfach der wir sind ich kann sie zu sehen das vorstellen bei mir ist ja auch schon durchgekriegt ersten seien auch schon durch hier oben ist ein pilz drin in sternen okay das kann mir gerade ganz gelegen okay hallo hoch kommen okay okay nein alles klar ich verstehe nicht wir sind hier gelandet alles klar machen machen ha ha ich brauche den panzer dafür den cooper wahrscheinlich brauche ich ja steppens okay leute ich würde sagen wir wollen wir weiter viel dank für die weiseheit und ich hoffe es hat euch gefallen bis dann und bei 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 bei